Lesen Sie weiter Bin Entwerker und habe nach Orgnen ein Heizstrahler gesucht und habe mich wegen der optischen Robustheit für diesen entschieden und bin sehr zufrieden. Heizt sehr schnell und gut, könnte aber etwas leiser sein. Vorsicht wenn mehrere Geräte zeitgleich laufen, dann springt schon mal die Sicherung raus. Ansonsten kann ich ihn weiterempfehlen. Sehr guter Heizlufter. Wird sehr schnell heiß und bleibt auch lange heiß. Sehr gut sogar draußen. Sieht so aus wie auf den Bildern und funktioniert. Erhitzt sehr sehr schnell. Ist dabei auch nicht wirklich laut. Gerade wenn man an kalten Tagen z.B. im Keller arbeiten muss sehr gut. Angenehme Wärme und wärmt einen 25 Quadratmeter Raum auf. Genau das was ich wollte. Und man kann ihn überall mit hinnehmen. Super verpackt und super Qualität. Durch die Keramikelemente fängt er gleich an Wärme zu geben. Ich bin wirklich begeistert welche Heizleistung so ein kompaktes Gerät bietet. Weiterhin ist die Verarbeitung sehr gut. Sehr zu empfehlen. Gute Heizlüfter. Macht die Zimmer schnell warm, sodass man gleich mit der Arbeit anfangen kann. Sehr praktisch da man ihn auch einfach über Kopf aufhängen kann. Dieses Teil hat endlich mal den Namen verdient. Ein Kracher, von der Leistung her, nicht von der Größe. Ist baulich kompakt, blässt aber ordentlich Warmluft sodass z.B. unsere Doppelgarage in 20 mindestens von 10 auf gefühlt 20 Grad aufheizt. Top. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Top. Klick Link in Description.